Hier präsentieren wir die 5 beste Nussmühle Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. 3 in eine Kaffeemühle Elektrische Gewürzmühle 200W. Klingen aus hochwertigem Edelstahl erleichtern das Mahlen. Kaffeebohnen, Gewürze, Samen, Zimt, Reis und andere trockene Materialien lassen sich mit der Kaffeegewürzmühle fein mahlen. Mit dieser elektrischen Kaffeemühle, die über einen 200W starken Motor verfügt, können Sie in 10 Sekunden einen mittleren Malgrad erzielen, ohne jemanden zu wecken. Außerdem kann diese Kaffeemühle bis zu 9 Teelöffel 50 Gramm Kaffeebohnen schnell und gleichmäßig mahlen. Der Überhitzungsschutz dieser Espressomühle verhindert das Verbrennen und bewahrt das ursprüngliche Aroma der Bohnen oder Gewürze. Das schnelle Mahlen verkürzt die Mahldauer und erzeugt keine Reibungshitze im Boden. Nummer 4. Original GFU Trommelreibe Transformer 1980 Die manuelle Trommelmühle GFU Transformer 1980 zum Mahlen von Müssen ist komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie bietet ein hohes Maß an Sicherheit durch die besonders starken Saugnöpfe des Bodens. Selbst Hartkäse wird durch die drei austauschbaren, kräftigen Trommelreiben in kleine Flocken zerkleinert. Dank der frei auswechselbaren Trommeln lassen sich dünne Scheiben ebenso herstellen wie grobe und feine Ergebnisse. Mit den scharfen Klingen lassen sich auch härtere Nüsse wie Kastanien problemlos zerkleinern. Die robuste Ausstattung des Modells trägt zu seiner Beliebtheit bei... Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Agostar Kaffeemühle Elektrisch-Gewürzmühle Kaffeemühle für Kaffeebohnen Eine weiße, handbetriebene Nussmühle mit einem soliden Metallgehäuse ist die Reibe mit Schraubzwinge von Euro Kitchen. Mit ihren zwei Trommeln aus rostfreiem Stahl und der unglaublich stabilen Schraubzwinge liegt diese Mühle im überdurchschnittlichen Preissegment. Die Bedienung dieser Mühle ist sehr einfach und erfolgt nach der bewährten Handkurbelmethode. Mit der groben und der feinen Trommel lassen sich leicht unterschiedliche Effekte erzielen. Außerdem wird die mühsame Reinigung von Hand durch die Spülmaschinenfestigkeit der Einzelteile vereinfacht. Nummer 2. Rommelsbacher Gewürz- und Kaffeemühle EGK 200 Eine der Allzweckmühlen ist die elektrische Rommelsbacher EGK 200 W Gewürz- und Kaffeemühle. Diese Mühle liegt in der höheren Preisklasse, da sie über zwei austauschbare Edelstahlbehälter mit einem Fliegenmesser und einem Spezialmesser verfügt. Sie kann neben Müssen, Kaffee und Gewürzen auch Mohn- und Zuckerfein mahlen. Diese Mühle hat einen außergewöhnlich starken Motor und ist dennoch recht leise. Die einzelnen Komponenten lassen sich problemlos herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Besonders geschätzt wird die Möglichkeit, dass die Kunden ihre Mahlzeiten selbst bestimmen können. Und die Nummer 1 unserer Liste. KÜK Kaffeemühle 300 W elektrische Kaffeemühle Kaffeebohnen-Müsse-Gewürze-Getreidemühle Eine universell einsetzbare Mühle zu einem überdurchschnittlichen Preis ist die KÜK Kaffeemühle. Es handelt sich um eine elektrische Mühle mit 300 W Leistung. In weniger als 60 Sekunden mahlt sie Kaffeebohnen, Nüsse, Kräuter und Gewürze gründlich. So können sie die Mühle eine Minute lang ununterbrochen betreiben. Das Mahlwerk ist vielseitig einsetzbar und lässt sich laut Anbieter sehr einfach reinigen. Es ist auch eine kleine Reinigungsbürste erhältlich, mit der sie den feinen Staub schnell entfernen können. Das Modell kommt bei den Kunden sehr gut an, die vor allem die schnelle und anpassungsfähige Nutzung der Mühe schätzen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal! Vielen Dank!